Hallo liebe Wetter, willkommen bei Chanva Tarot. Ich möchte heute Karten legen für euer Sternzeichen. Es geht um den Zeitraum 16. bis 28. Februar 23, also für die letzten zwei Wochen des Februars. Und da schauen wir mal, was euch so erwarten könnte. So, ich gucke erstmal allgemein, was hier so anstehen könnte. Ja, die Legung ist allgemein an das Kollektiv gerichtet. Kann und wird hier nicht für jeden passen. Rollen können vertauscht sein und wenn Personenkarten aus den Decks auftauchen, kann für beide Geschlechter stehen, ja. Ich benutze für diese Legung ausschließlich Tarot-Decks. So, was haben wir hier? Der Tod, der Ritter der Münzen, drei der Kelche und der Stern. Ja, also ich habe das Gefühl, hier nimmt etwas ein Ende. Irgendeine Zeit der Stagnation endet hier. Etwas, wo man lange dran war und versucht hatte, etwas aufzubauen, kommt nun zu einem Wendepunkt. Und zwar in dem Sinne, dass man das komplett verwirft, loslässt und dadurch, ja, eine neue Lebensqualität findet. Hier auch mit dem Stern. Hier haben wir drei der Kelche. Auf jeden Fall, ja, denke ich mal, eine gute Zeit. Da findet irgendwas Nettes statt, Nettes Zusammenkommen. Es gibt was zu feiern. Oder du hast mal einen schönen Abend, wo du dich mal so richtig entspannst und dich so richtig fallen lässt. Ja, ich bin sehr gespannt, was hier genau passiert. Ich schiebe die Karten mal weiter nach oben und lege jetzt mal mit einem anderen Deck weiter aus und werde später nochmal Bezug dazu aufnehmen, was hier oben präsentiert wird, weil das ist mir erstmal zu allgemein. Ich schaue mal direkt auf dich. Lieber Witter, ja, in welchem Modus befindest du dich denn in den letzten zwei Februarwochen? Wie fühlst du dich? Wie zeigst du dich nach außen? Was beschäftigt dich? Fünfter Stäbe. Der Eremit. König der Schwerter. Sieben der Schwerter. So, lieber Witter, ich habe den Eindruck, du hast dir hier eine gewisse Zeit eine bestimmte Situation angeschaut. Egal, ob jetzt privat, beruflich, Liebesbeziehung. Du hast hier etwas beobachtet. Du warst da eher der Zuschauer, der stille Beobachter. Du hast da nicht so viel interagiert. Du warst da eher so in der Vogelperspektive. Und hast dir das Ganze mal genauer angeschaut. Und dabei hast du festgestellt, nee, also so wie die das machen, vielleicht ist auch nur eine einzelne Person hier auf der Karte, sind ja mehrere abgebildet. So wie dieser Mensch, so wie diese Menschen hier etwas Bestimmtes voranbringen wollen, funktioniert das nicht. Das hat nicht Hand, das hat nicht Fuß, das ist völlig unkoordiniert, unstrukturiert. Es ist nur Chaos. Und du kannst es einfach nicht so richtig ernst nehmen, sagst du. Also hier sind Menschen, die mit diesen Stäben versuchen, irgendwas aufzubauen. Du bist ja der Feuerkönig, der Stabkönig oder die Stabkönigin. Das heißt, du weißt ganz genau, wie man mit Stäben umzugehen hat. Du weißt, wie man seinen Worten, Taten folgen lässt. Und wenn du etwas anpackst, dann weißt du, wie du es anpacken sollst. Dann gehst du proaktiv vorwärts. Aber diese Leute hier oder dieser bestimmte Mensch hier, der weiß nicht, was er tut. Und das wird dir zunehmend klar. Hier als König der Schwerter, siehst du, dass alles klar ist, klar, was da läuft. Und ja, hier mit diesen Sieben der Schwerter versuchst du hier irgendwie aus der Nummer rauszukommen. Und du versuchst das relativ geschickt, clever anzustellen. Ja, du überlegst, wie sollst du das kommunizieren? Um da vielleicht auch nicht in die Schusslinie zu geraten. Also ich meine das jetzt nur in Anführungszeichen. Du willst dich hier elegant aus der Nummer rausbringen, rausmanövrieren. Und du hast auch festgestellt, dass hier eine bestimmte Situation dich lange Zeit an deinem Vorwärtskommen gehindert hat. Also irgendwas hat dich sozusagen selbst in so eine Warteschleife gebracht. Und ich denke, du fühlst dich auch irgendwo hier getäuscht. Oder du sagst dir selbst, ey, ich habe mir da was vorgemacht. Ich habe mich in Bezug auf eine bestimmte Situation total geirrt. Ich habe das völlig falsch eingeschätzt. Und jetzt versuchst du vielleicht auch irgendwie elegant hier rauszukommen, um dir nicht die Blöße geben zu müssen, dass du dich geirrt hast. Ich schaue mal hier auf die andere Seite beim Gegenüber, was da für Karten kommen. Also das Gegenüber könnte hier dein Partner sein, dein Ex-Partner, potenzieller Partner, irgendeine neue Liebschaft, die du vor kurzem kennengelernt hast, Flirt, dein Arbeitgeber, Freunde, Familienumfeld, je nachdem, was dich momentan so beschäftigt, mit wem du diese Situation hier vielleicht erlebst. Vier der Munzen. König der Kälte. Die Welt. Hat sich vorhin schon gezeigt, die Welt. Und Ritter der Stäbe. Ja, hier auf der anderen Seite vier der Münzen. Und ich glaube, die haben sehr stark hier mit diesem Ritter der Münzen zu tun. Also beides sind relativ starre, unbewegliche Energien. Ich habe ja gesagt, ich habe den Verdacht, dass ihr euch hier aus irgendwas rausziehen wollt. Und das wollt ihr geschickt machen, weil ihr befürchtet, wenn ihr diesem Menschen hier die Wahrheit sagt, eure Position, euren Standpunkt ehrlich, offen, verkündet, wird dieser Mensch gegen Mauern, gegen Arbeiten. Vier der Münzen kann Verlustängste anzeigen, Unsicherheiten. Und aus diesem Gefühl heraus besteht natürlich die Tendenz, etwas aufhalten zu wollen, den anderen aufhalten zu wollen. Nein, geh nicht, weil sonst, ich kann nicht und bleib bei mir. Ich kann doch nicht ohne dich. Andererseits aber auch in der ganz negativen Auslegung dieses sture Gegenhalten. Den anderen blockieren. Du gehst jetzt nicht, du bleibst hier. Oder einfach das Gespräch in eine nervige Diskussion befördern, wo der andere immer wieder gegenarbeitet. Und Argumente bringt, warum es vernünftiger wäre, die Münzen sind ja vernünftig, warum es vernünftiger wäre, doch die Entscheidung nochmal rückgängig zu machen. Also hier klammert jemand, hier hält jemand fest, entweder an dir, an der Situation oder an seinen eigenen Verlustängsten. Und du sagst, das will ich mir hier gar nicht antun, deswegen versuche ich hier irgendwie, ja, elegant hier aus der Nummer rauszukommen. Weil ich glaube, diese gewisse Stagnation, die von dieser Energie hier ausgeht, nervt dich schon länger, weil du das Gefühl hast, das geht nicht so richtig vorwärts, da passiert nichts weiter. Dann haben wir hier nochmal jemanden anderen, ein König der Kelche. Wasserenergie, Kelchenergie. Also könnt ihr hier für einen Krebs, Skorpion oder Fische stehen, oder dieser Mensch ist halt sehr wasserlastig, hat Aszendenten, Mond, Venus im Wasser. Und irgendwie endet hier etwas mit diesem Menschen. Ja, dieser Mensch entfernt sich zunehmend von dir. Für diesen Menschen ist eine neue Welt, die sich offenbart oder für diesen Menschen vorbestimmt ist. Hier zeichnet sich ein gewisses Ende ab. Und für die meisten wird das ein Prozess sein, der schon länger andauert. Das ist jetzt nichts Neues. Aber dieser Ablöseprozess, ja, weil wir haben hier den Tod, den Stern und die Welt, das ist für mich schon so dieses langsame Ende, weil ein gewisses Kapitel endet. Dann haben wir hier noch diesen Ritter der Stäbe. Der passt hier nicht so richtig ins Bild. Hat aber was mit dieser Weltkarte zu tun, weil er reitet hier direkt rein. Also in Bezug auf diesen Menschen hier, wo ich gesagt habe, dass da endet irgendetwas, ist trotzdem mit dem Ritter der Stäbe auch zukünftig immer wieder die Möglichkeit gegeben, da zurückzukommen, da wieder anzudocken, weil das Feuer brennt hier immer noch. Es ist zwar ein Ritter der Stäbe, da brennt immer noch so eine gewisse Leidenschaft, ja, für dich oder für euer Projekt. Könnte aber auch sein in der anderen Konstellation, weil wir haben hier drei der Kelche, dass hier mit einem gewissen Menschen für dich was endet und da ist aber schon jemand Neues für diesen Menschen im Anmarsch, ja. Also könnte sein, dass hier etwas zu Ende kommt und gleichzeitig lauert hier aber jemand, ja, wann ist es denn zu Ende zwischen Wülder und hier dem Kelchkönig, dann kann ich ja endlich antanzen. Ich werde das gleich mal mit einem anderen Deck klären. Da schaue ich mal genauer, was das sein könnte. Ja, der Tod, die Todeskarte haben wir hier oben auch nochmal. Der Turm. Ja, heftige Karten hier für eine Zwei-Wochen-Legung. Sechs der Kelche unter dem König der Schwerter. Die Sonne auf dem Kopf. Sechs der Schwerter. Zwei der Schwerter. Achte Kälte. Eine wollte sich umdrehen. Jetzt ist sie wieder zurückgesprungen. Schade. So. Ja. Sieben der Schwerter auf dem Kopf. Der Tod unter diesen Fünf der Stäben. Du sagst, Schluss mit diesem Chaos. Ich will das nicht mehr mitmachen. Du willst dann nicht mehr Teil dieser Gruppe sein oder Teil dieser Verbindung sein, weil es ist dir zu chaotisch, zu unstrukturiert. Es kommt dir vor wie ein Kindergarten. Du sagst, wenn ich da bleibe, da komme ich in meiner Entwicklung keinen Zentimeter weiter. Für dich ist jetzt mittlerweile eine ganz andere Welt, eine ganz andere Wahrhaftigkeit. Ein anderes Ziel hast du vor Augen. Du bist da irgendwie aus etwas hinausgewachsen. Also ich kriege immer wieder so dieses Kindergarten rein. Mensch, was ist das für ein Kindergarten hier? Es ist dir zu albern, zu unkonstruktiv, was hier abgeht. Du sagst, ich kann da nicht mehr mitmachen. Das passt nicht mehr zu mir. Aber du hast es lange Zeit beobachtet, dir angeschaut und irgendwann kam der Moment, wo es wie so ein Blitz in deinen Kopf einschlug, wo du plötzlich erkannt hast, hey, also das, was hier stattfindet, das ist ja unerhört. Das ist ja völlig daneben. Also du sagst von einem Moment auf den anderen, ich kann hier nicht mehr bleiben. Das geht so nicht mehr. unter dem König der Schwerter, die sechs Kälte. Ja, emotional, gefühlsmäßig bist du da total gebunden, ja. Die Gefühle sind schon da, sind noch da, aber nach außen zeigst du dich distanziert, klar und auch sehr kühl. Vielleicht, weil du Angst hast, dass wenn du die Gefühle zulassen oder nach außen zeigen würdest, dass vielleicht etwas passieren würde, was dich von dieser klaren Entscheidung wieder zurückbewegt, dass du wieder schwach werden könntest. Das willst du nicht. Du willst hier dein Ding durchziehen. Ich habe ja gesagt, mit diesen sieben der Schwerter versuchst du dich elegant da aus der Nummer rauszuziehen. Ja, du überlegst da strategisch, wie kann ich das am besten machen, ohne anzuecken, ohne das Gesicht zu verlieren. Hier, die Sonne ist auf dem Kopf. Ja, ich habe da so dieses Szenario im Kopf. Ich glaube, das gab es mal in irgendeinem alten Film. Der Mann sagt, ich gehe mal schnell Zigaretten holen und kommt nie wieder nach Hause. Und das Köfferchen hatte vorher auch schon gepackt. Und dann trifft er irgendwie später die Frau wieder und erzählt so ungefähr, tut mir leid, ich wurde von Aliens entführt, deswegen kam ich nicht zurück. Also, du willst hier nicht als der Buhmann dastehen. Ja, du willst hier immer noch glänzen, geliebt werden. Du willst andere nicht verletzen. Du willst nicht, dass jemand dich hier herausfordert oder die Vorwürfe macht. Ja, du willst irgendwie gut dastehen. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, weil du klammheimlich dir trotzdem noch ein Hintertürchen öffnen möchtest, wenn du da mal zurückrudern willst, dass da trotzdem hier mit drei der Kelche du da nett und herzlich empfangen wirst. weil hier haben wir drei der Kelche, hier haben wir sechste Kelche. Also, das ist schon etwas hier, wo du dich sehr wohl gefühlt hast, lange Zeit. Das hat dir sehr viel Geborgenheit geschenkt. Da fühltest du dich zu Hause und irgendwie fällt es dir auch schwer, das deswegen loszulassen. Und irgendwas in dir sagt unterbewusst, naja, wenn ich das jetzt so ganz klar sage, dann kann ich da nie wieder zurück. Aber wenn ich das elegant mache, ja, dann kann man mir das nicht vorwerfen und dann könnte ich ja später nochmal, wenn ich es mir anders überlege, zurückgehen. Es war ja so schön. Also, drei der Kelche kann auch anzeigen, dass du vielleicht dich trennen möchtest, irgendwo nicht mehr mitmachen willst. Kann auch ein berufliches Projekt sein, aber ihr habt da gemeinsame Freunde, gemeinsame Kontakte, gemeinsame Geschäftspartner vielleicht. Und wenn das Ganze in einen Rosenkrieg ausartet, dann verlierst du auch diese Kontakte. Dann sind die Freunde sauer auf dich, die gemeinsamen Freunde oder dann distanzieren sich Geschäftspartner von dir. Ja, sowas. Also, du willst hier etwas loslassen, aber gleichzeitig hast du Angst, hier irgendwie alles zu verlieren oder was da so dranhängen könnte. Ja, hier auf der anderen Seite vier der Münzen und sechs der Schwerter. Also, hier ist auf jeden Fall jemand, wo du Befürchtungen hast, dass dieser Mensch an dir klammert, an dir festhält oder stur gegenarbeitet, ja, wenn du jetzt gehst. Kann aber auch sein, dass du jetzt gehen möchtest, das nicht mehr haben willst, weil dieser Mensch sich lange Zeit nicht offen genug gezeigt hat, dir gegenüber. Da hat sich irgendwas nicht so richtig weiterentwickelt, hier mit vier der Münzen und Ritter der Münzen. Und ich glaube, das war dir zu langweilig, das hat dir nicht geschmeckt, das war nicht so nach deinem Gusto. Ich sehe hier, dass jemand sich auch sehr zurückgehalten hatte, weil dieser Mensch hier noch Altlasten hat, also hier mit sechs der Schwerter. Also, jemand ist hier auch präsent, der sich nicht so richtig zeigt, der nicht so offen ist, ja. Jemand hat hier noch Altlasten, Probleme, Sorgen im Kopf, zeigt sich hier sehr verschlossen, hält hier fest, will eigentlich auch nur seine Ruhe haben. Also, hier ist jemand auch sehr konfliktanfällig, also jemand ist hier sehr empfindlich, mit diesem Menschen ist nicht einfach umzugehen. Ja, vielleicht auch, ja, hier könnte auch jemand an dir festhalten, immer noch in der Hoffnung, ja, wenn wir die ganzen Probleme unter den Teppich kehren, dann wird alles wieder schön, weil wir haben hier auch die umgekehrte Sonne direkt daneben. Also, hier ist irgendwas definitiv nicht ganz koscher und das spürst du, deswegen willst du da weg. Hier der König der Kelche, drunter die zwei Schwerter, ja, also hier diese vier Karten hängen stark zusammen, hier ist ein Abschluss mit dem Menschen, innerhalb einer Verbindung ist hier irgendwie das Ende angezeigt, dieser Mensch tut sich aber auch sehr schwer damit, hier zwei der Schwerter, dieser Mensch ist sehr zerrissen innerlich, aber hier ist auch wieder der Abschied mit acht der Kelche. Ja, ja, auch diesen Menschen fällt das sehr schwer, das sieht man. Und hier dieser Ritter der Stäbe, hier mit diesen umgekehrten sieben Schwertern, da gibt es zwei Möglichkeiten, entweder ist hier, wie gesagt, dieser Abschied angezeigt, aber dieser Mensch macht sich die Hoffnung und versucht immer wieder mit diversen Aktionen hier nochmal einen Fuß in die Tür zu bekommen, ja, das gibt es ja so klassisch in Trennungsgeschichten, ja, ich komme nochmal vorbei, weil ich habe meinen Föhn bei dir gelassen, oder man erfindet so, gemeinsame Verbindungen, wo man sich immer wieder treffen muss, wo man immer wieder miteinander sprechen muss, ja, gerade wenn gemeinsame Kinder da sind, dann kann man ja nicht den Kontakt abbrechen, auch wenn man sich trennt. Hier könnten so gewisse Strategien probiert werden, um immer wieder nochmal anzudocken, um immer wieder noch zu probieren, naja, vielleicht ist da noch was möglich, ja, andererseits könnte ich hier auch jemand, wo eine Trennung vorliegt, damit wedeln, ja, ich habe ja schon jemanden Neuen, da ist, da ist jemand, der an mir interessiert ist und wenn du mich nicht haben möchtest, dann, ja, dann nehme ich halt den anderen, aber das ist hier gefaked, also was hier los ist, das ist hier ein Fake, das ist, das sind hier so Trickmanöver mit diesem Ritter der Stäbe und mit diesen sieben Schwertern, ja, das bitte nicht ernst nehmen, also wenn dich jemand versucht eifersüchtig zu machen, da ist gar nichts dahinter und wie gesagt, hier könnten auch gewisse Manöver gestartet werden, um dich immer wieder noch aus der Reserve zu locken, um dich zu provozieren, um halt Kontakt herzustellen über gewisse Vorwände, ja, aber ich denke mal, dein Ziel ist das hier, der Stern, Freiheit, du willst dich von irgendwas befreien und das ist ein Prozess, der schon länger läuft, das sehe ich auch bei euren letzten Legungen, Monatslegungen, dass hier auch so eine gewisse Ablösung am Laufen ist, wo du aber immer wieder dir schwer tust, weil du hier emotional noch zu stark involviert bist, lieber Witter. Ich ziehe noch mal zum Schluss zwei letzte Tarotkarten als letzten Hinweis oder Ratschlag für dich. Zehende Münzen Aste Münzen Ich glaube, hier wartet eine gewisse Chance auf dich oder du siehst eine gewisse Chance für dich, für deine Zukunft langfristig, aber dafür musst du hier einen gewissen Kreis oder eine gewisse Sicherheit verlassen, weil hier sehen wir ganz viele Menschen, hier ist auch die Stadt und hier haben wir gar keine Menschen auf dieser Karte und hier dieses Gartentor, also du musst hier eine gewisse Komfortzone verlassen, um für dich etwas Neues zu etablieren. Ja. Na gut, ich bin am Ende angekommen, ich hoffe, ihr konntet einiges für euch hier mitnehmen, ich wünsche euch eine schöne Zeit und vielleicht bis bald wieder. Tschüss.